Name your game. Gezockt und wir sehen uns das mal an. Okay, ich bin hier so einem Murmel. Und mit der muss ich gewisse Hindernisse überwinden. Die Musik ist auch schon ganz nice. Das erste Level wurde geschafft. Juhu. Vergebt mir, wenn ich nicht so gut bin in koordinativen Sachen. Aber ich probiere auf jeden Fall mein Bestes. Juhu. Sieht aus, als wurde das mit Paint gemacht. Fast hier runtergerutscht. Aber es geht sich noch aus. Könnte wieder finishen. Und wir sind mittlerweile bei Level 3. Uuuuh. Die Evil Kugel ist wieder am Start. Oder eigentlich müsste man sagen Murmel. Ja, die Levels werden länger und schwerer. Neue Bestzeit. Level 4. Und jetzt kommen hier die Kanonen. Da muss man schon etwas mehr aufpassen. Dass man hier nicht reinspringt. Reinspringt. Uuuuh. Hohoho. Wie krass war das denn? Oh. Hieb deine Grütze ab. So. 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 Nice. Wir sind hier schon bei Level 5 angelangt. Hier wird scharf geschossen. Das Meer ist auf jeden Fall auch cool gemacht. Und schon wieder geschafft. Oh, jetzt kommen hier die Fieslinge. Die möchten mich natürlich aufschlitzen. Aber das werde ich nicht zulassen. So, jetzt muss das Timing stimmen. Das ging gut. So, stark beschleunigt. Komm. Sehr schön. Ein Hindernis noch. Jawoll. Weiter geht's mit Level 7. Und hier sind weitere Äxte. Kann ich hier auf einmal durchkommen? Ja, das geht in einem Zug. Oh, boah. Gehe ich oben durch. An der leichtesten Stelle fast runtergefallen. Ja, nice. Wieso kann ich die Farbe meiner Kugel eigentlich nicht auswählen? Und das ist mittlerweile Level 8. Und hier wollen die mich aufspießen. Aber es gibt eine kurze Zeit, in der die nicht aktiv sind. Und dann muss man hier weiter. So, sehr gut. Level 9. Bald sind wir zweistellig. Probier's jetzt trotzdem. Ja. Probier's jetzt trotzdem. Knapp vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh jetzt. Jetzt wird die Musik schon etwas heißer. Jawoll. 48 Levels gibt es hier insgesamt. Mal sehen, ob wir das in einem durchspielen können. So nicht. Oh. Oh mein Gott. Geduld ist hier auch das Gebot der Stunde. Hier mal geschafft. Sehr gut. Hier muss man schnell sein. Kommt wieder ein fieses Hindernis. Noch der Kanonenkugel. Und jetzt das letzte hier. Finished. Level 11. Eieieiei. Ich glaube, Tultian hat mir das geschenkt, um mich zu schikanieren vor euch. Das ist natürlich nicht sehr nett. Aber ich gebe mir hier nicht die Blöße und nehme die Herausforderung an. So bin ich. Spannende Musik. Hier warten wir auf den Abschuss. Jetzt die gerade schnell durch. Das ist ein langes Level. Und noch einer. Sehr schön. Level 12 schon mittlerweile. Und jetzt gleich durch die Stacheln. Oh. Da kamen sie wieder. Aber. Ich habe mich nicht lumpen lassen. Jetzt kommt hier die Kanonenkugel. Schnell vorbei. Durchs Gras. Das macht mir nichts. Oh. Das Level war einfach. Das war einfach. Level 13. Komm. Weiter geht's. Jetzt kommen hier wieder die Kanonenkugeln. auch das ging. Wie knapp war das denn? Da hatte ich mehr Glück als verstand. So. Jetzt. Durch. Oh. Eine Kanonenkugel schon wieder. Und jetzt kommt wieder. Jetzt kommt sogar vier. Hier. Geschafft. Schön durch manövriert. Ja. Jetzt. Jetzt läuft's hier. Yes. Komm. Boah. Knappe Sache. Und jetzt ein Hindernis noch. Und das Ziel wurde erreicht. So. Eine Kanonenkugel. Das ist leicht gemacht. Und jetzt wird das schon signifikant schneller. Oh. Da muss jetzt gut reagiert werden. Schießt die Kanonenkugel ab. Ja. Oh nein. Was für ein schlechtes Timing. Level 15 immer noch. So. An der Kanonenkugel vorbei. Und das ist hier schnell, 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 schnell. Die nächste Kanonenkugel folgt. Die ging auch. Jetzt hier an der Axt vorbei. Jetzt wird's bisschen gefährlicher. Da werde ich jetzt abwarten. Und schön durch. Gleich zwei Sachen. W Okay. Ja. Ja. Level 16. Wieder diese Axt. und jetzt kommen hier sechs kanonen direkt rein ich glaube das wird jetzt ein bisschen schwierig für mich ab dieser stufe ich werde es hier ein bisschen abwarten es wäre eigentlich gegangen aber ich spiele safe auch hier hier an der axt vorbei die nächste axt jetzt nicht ungeduldig werden ja so schön gemacht wir sind beim 17 level so und ich werde jetzt den speed erhöhen ich habe mich ein bisschen an die steuerung gewöhnt kommen alles mal ab ja den lang nein also bitte was war das für ein rotzbuch so schlecht hey abgefeuert ja ein bisschen gewagt jetzt hier noch eine axt da gibt es hier ein hindernis dass keins ist und finished wir sind bei level 18 angelangt so wird hier abwarten und jetzt in einem durchziehen sehr schön hier kanonenkugeln schnell durch jawohl oben unten noch mal unten jawohl warten und durch hier noch eine axt und wieder geschafft schönes level das ist eigentlich kein hindernis das auch nicht hat er ganz gut angefangen dieses level und dann hier das letzte geschafft 20 eine schöne runde zahl stark beschleunigt hier weitergemacht kommt wieder eine axt hier kann ich einfach weitergehen ein kleiner hügel der hält mich nicht auf jetzt wird das noch viel schneller da gehe ich doch direkt mal durch und oben durch warte auf die kanonenkugel noch eine kanonenkugel hier muss beschleunigt werden es ging gut es kommen hier wieder zwei äxte einmal oben einmal unten alles ab ein kleines hindernis hier noch nein wie blind level 20 hat mich hier aufgehalten mal sehen ob es mich noch länger aufhält sehr gut für eure koordination und ein relativ gewaltfreies spiel also legt euch das zu es kostet nur ein paar cent im steamshop direkt wieder durchgegangen und nochmal jetzt muss ich schnell warten ich muss sagen das preis leistungsverhältnis bei diesem spiel ist gar nicht mal so mies das ist ein sehr langes level hier außenrum ja gewartet durch manövriert jetzt noch eine kanonenkugel und es ist geschafft level 21 und was kommt denn da jetzt hier das habe ich ja noch nie gesehen ich glaube das darf mich auch nicht treffen das verfolgt mich lasst mich in ruhe durch jawoll was ja sag mal unten 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 hoch level 22 so level 23 und ich habe das gefühl das wird jetzt unmöglich hoch wartet knall das jetzt ab schön gemacht schon wieder so ein asoziales hindernis ja noch eine axt oh die verfolgen mich jetzt muss ich schnell machen ich werde verfolgt jawoll level 24 es wird schneller hier komm ich rase einfach durch hat funktioniert viel glück gehabt so unten unten rum sehr gut oben rum auf die kugel warten auf die kugel warten oh ich habe zu lange gewartet muss ich schnell machen super beschleunigt nach oben einmal kanonenkugel und ins ziel rein gerast Level 25 Level 25 ja schön manövriert unten durch ja oben durch wie habe ich das geschafft so knall die kanonenkugel jetzt ab jetzt unten durch nochmal unten durch jetzt gibt es noch hier eine kanonenkugel ja hier durch sehr sehr knapp und schön ins ziel gerast wir sind bei Level 26 angekommen ich werde hier verfolgt deswegen mache ich hier so einen Zeitdruck durch 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 nice nochmal oben boah warte auf die Grütze hier jetzt kann ich wieder oh die verfolgen mich nein nein ja Level 27 jetzt muss ich richtig Gas geben schön gemacht ich kann hier ein bisschen hüpfen schneller komm durch kommt die kanonenkugel man ich habe zu lange gewartet hier ist sie schon gekommen hier manövriere ich einfach durch noch eine axt und eine kanonenkugel und dann sind wir im ziel hier ein bisschen warten ich muss hier ein bisschen warten Oh, die verfolgen mich schon. Komm doch. Komm doch. Nein. Noch eine Axt. So ein fieses Teil jetzt vorbei und ins Ziel geschafft. Level 29 und es wird nicht einfacher. So, die mache ich noch. Mach ich auch noch. Boah. Hahaha. Wie nice. Wie nice. Wie nice. Ich werde verfolgt. Schieß doch deine Grütze ab. Hey, wie asozial ist das denn? Ja, ich schaff's. Yes. Level 30. Die nächste schöne Runde Zahl. Geh durch. Geh durch, du Freak. Nein. Ja. Puh. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt oben durch. Gut gemacht. Ich muss warten. Jetzt gehe ich oben durch. Jetzt kommen die schon. Kann nicht mehr warten. Schieß deine Grütze ab. Dann halt nicht. Level 31. Arz. Komm, ich zieh durch. Ich zieh jetzt durch. Erbarmungslos. Ich zieh jetzt. Das geht's. Oben. Noch mal oben. Jetzt habe ich Angst. Ja. Komm. Zieh doch durch. Gnadenlos. Gnadenlos. Mittlerweile ist es Level 32. Mal sehen, wie weit ich's noch schaffe. Obenrum. Untenrum. Boah. Und jetzt durchballern. Geht, 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 geht. Jetzt komm, 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 komm. Geht auch noch. Jetzt gehe ich oben rum. Und dann unten rum. Und dann ist auch dieses Level geschafft. Level 33. Komm, geh durch. Durch. Boah. Boah. So, durchziehen. Und das geht's. Level 34. Kein bisschen müde noch. Ja, 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 ja. Unten durch. Unten durch. Oh. Oh. Oben durch. Unten durch. Geht. Unten. Jetzt noch ein bisschen abwarten. Play it safe. Oh, die kommen schon. Ja. Level 35. Ich sehe hier gar keine Fieslinge. Das ist ja mal was Nettes. Yo. Yo. Uuuu. Schön. Was für ein komisches Level. Hier taucht sicher gleich ein Jumpscare auf. Wieso sollte das auch einfacher sein? Was ist denn mit dem Level los? Puh. Schön geschafft. Level 36 mittlerweile. Sehr schön, muss ich dazu sagen. Kanonenkugeln. Oh, maß. So. Vorbei. Komm. Knall die ab. Das sind nicht ganz einfach. Aber gegen. Und das ist Level 37. Boah. Zieh durch. Schön. Kommt noch ein paar Speerchen. Gehen wir unten rum langsam. Wir haben Zeit. Und auch das ist geschafft. Bis hierhin ist es mal ein relativ nice Spiel. Vor allem für den Preis kann man hier nichts sagen. Und jetzt kommt wieder diese beruhigende Musik. Die wollen, dass ich einschlafe, damit ich verkack. Nicht mit mir, Leute. Oh, ho, 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 ho. Hallo, Speerchen. Und auch dieses Level ist geschafft. Level 9 und 3. Oh. Kann ich mal 39 aussprechen. So, jetzt. Das braucht auch ein paar Gehirnzellen. Zumindest Konzentrationsgehirnzellen. Komm, schieß die Grütze ab hier. Obenrum. So. Nein. Nein. Boah. Jawohl. Und das ist das 40. Level jetzt. Ha. Wie soll man das überleben? Wie? 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 Yes. Level 41. Come on, guys. Come on, guys. Obenrum. Sehr asozial. Knappe Geschichte. Komm. Noch eine Kanone. Baller halt durch jetzt. Sehr schön. Level 42. Wollt ihr mich denn umbringen? Sieht fast so aus. Obenrum. Obenrum. Untenrum. Knallt das doch ab. Knallt das auch ab. Knallt das auch ab. Ein Hindernis noch. Jawohl. Level 43. Moin. Oh. So. Oben. Oh. ja wieder oben unten unten ja nice weg den schwierigen weg gewählt hoch yes level 44 hallo hier wird scharf geschossen ja 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 oben rum den schwierigen weg ja 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 yes 45 kurz warten bis hier abgeballert wird weg weiter 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 jawohl unten den slalom noch komplettieren oben rum um um jawohl Jawoll! Level 46 Ja, nice! Jetzt oben rum kurz warten Ja Oben, 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 oben 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 Nochmal oben Geht Unten, unten Jawoll! Das vorletzte Level ruft Gut Gut Unten rum Oben rum Sehr schön Sehr nice Oh, der ist schnell Warten Warten Oben rum Das geht Das geht Nochmal oben rum Das sind noch zwei Fieslänge Und das ist das 47. Level Level 48 Das letzte Level Mal sehen, ob das auch so gut geht Komm Uh Knappe Sache Weg, 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 weg Nice Auf jeden Fall hier durch Dann unten Dann oben Dann warten Dann oben Ja Dann den Umweg Durch, durch, durch Geht Kurze Wartepause Oben Oben Ja Sehr schön Das Spiel wurde durchgespielt Ich freue mich, dass es für euch Durchspielen durfte Ich habe alle Errungenschaften Freigeschaltet Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Kommi Ein Abo oder ein Like Da wird mich freuen Ich freue mich schon auf das nächste Steam oder überhaupt Game für euch zu spielen In diesem Sinne viel Spaß bei euren eigenen Games Bis zum nächsten Mal Ciao